weiter veröffentlicht, dann kann es richtig teuer werden, kann tausende Euro kosten, passiert immer wieder. Ich zeige in dem Video zwei Möglichkeiten, wie man Wikibilder nimmt und auch richtig zitiert, das ist absolut sicher. Und ich zeige, wie man mit Google freie Bilder sucht, aber das ist nicht ganz sicher, ich erkläre euch warum. Also das Beste ist natürlich, die aus Wikipedia zu suchen. Wenn ihr im Klassenzimmer seid, ist es alles nicht so dramatisch, aber sobald es öffentlich auf der Webseite ist, wird es dramatisch. Also erstmal mit Wikibildern ich suche, gebe in der Google Suche Wikibilder für SIG ein und bekomme dann alle möglichen, bekomme den Wikibilderartikel und hier ist ein Bild und ich klicke drauf. Und in dem Fall ist hier, da steht gemeinfrei, so ein durchstrichenes C, das darf ich verwenden. Passt, alles, alles bestens. Und jetzt schaue ich mir gleich das nächste Bild an. Dieses Bild ist nicht gemeinfrei. Hier ist es CC, Creative Commons, aber BY bedeutet, dass der Herr André genannt werden möchte. Und da gibt es jetzt einen Trick, wie ich dieses Bild korrekt zitiere und dann darf ich es verwenden. Und zwar nehme ich diese Adresse, also die Adresse von dem Bild und die kopiere ich. Paste, copy und gehe in den Lizenzhinweisgenerator, den findet Google, eingeben. Und da muss jetzt die Adresse von dem Bild rein, also dieses von dem, hier das irgendwo, das Bild und auf los. Und dann sage ich noch, da muss ich ein paar Fragen beantworten. Ich werde es online verwenden, einzeln verwenden und ich möchte es in der ursprünglichen Version haben. Da kann man so versuchen. Sachen auswerten und dann kommt der richtige, das ist der Hinweis. Wenn ich unter dieses Bild diesen Lizenzhinweis gebe, bin ich wirklich auf der absolut sicheren Seite. Kopieren, eingeben, fertig. Okay, so geht es. Und jetzt nehme ich mal nur Google, da gibt es nämlich auch die Möglichkeit, das ist diese übliche Google Bilder, suche ich, suche nach Physik. Gehe auf Bilder und da Suchfilter. Da gibt es einen recht schönen Trick. Da kann ich bei Suchfilter, Nutzungsrechte, Creative Commons Lizenzen anklicken. Und dann bekomme ich lauter Bilder Creative Commons. Ich schaue mir, das finde ich jetzt hier ganz nett. Da klicke ich mal drauf. Und was sehe ich? Wenn ich das Bild verwenden möchte, dann sehe ich hier unten mal einen Namen. Möglicherweise, also vermutlich will der Mensch, der das Bild gemacht hat, genannt werden. Und vermutlich gibt er das Bild frei. Und ich kann diese Adresse nehmen, aber viele Fragezeichen. Nur vermutlich. Also hier wäre ich nicht absolut sicher. Das heißt, und Creative Commons heißt frei, aber ich kann es kombinieren mit BY, das heißt mit Namensnennung. In dem Fall darf ich das bearbeiten und so weiter. Hier darf ich es nicht kommerziell nutzen. Am liebsten mache ich CC Zero. Also wenn ich das sehe, dann darf man alles. Diese Übersicht verlinke ich unten. Das ist hier von diesem Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen. Und da kann man draufgehen, sich das in Ruhe lesen. Deswegen ist der Lizenz-Hinweis-Generator so schön, weil der macht das alles für einen. Und hier muss man erst überlegen. Das heißt, ich empfehle Wiki. Google ist schlecht, aber da muss man dann nachher noch schauen. Am besten selber machen. Genau, und am besten CC Zero. Also das Video, das ihr jetzt seht, da gibt es unten eine YouTube-Lizenz. Das ist ein CC. Und hinten habe ich irgendwo geschrieben, es ist CC ohne. Wenn ihr meinen Namen nicht nennt, egal. Einfach Spaß haben. Fertig.